Es ist zum Schluss ein realistisches Ziel, es ist nicht, dass man jetzt über Platz 10 oder 9 oder 8, wir sprechen hier Platz 15, ein Punkt davor ist, und das sind unsere Meisterschaftsambitionen. Ja, 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 ja Nein, den Westermann gleich weglassen, ne? Er geht schon weg, denn er spielt doch nichts mehr. Ja, ist das so? Ja, er wird wieder besser. Ja, er wird wieder besser. Ja, er muss ja mal wieder zurückgeholt werden jetzt. Heißt du, den Arsch auch mal überwiegend? Ja, das wird ja jetzt kommen. Jetzt wird's ernst vor allem wieder, ne? Ja, jetzt wird's ernst. Ist so, ist so. Guter Trainer, doch, guter Trainer. Guter Trainer, guter Trainer. Nein, du lass uns mal. Wir haben's doch von früher gesehen, wenn er an der Linie... Einfach nicht von der, von der, von der Dings ist. Ist doch weit okay. Machen sie den Takten. Ja, ne? Samstag mit Anfang, Freitag gegen Dortmund aufhören. Ja, du musst ja auch immer noch mal einfach, Messner, Aachen, Tivoli, ne? Musst dich hinfahren und sagen, hoppla, ja, musst du sagen, ich freu mich drauf. Ja, genau. Da haben wir schon mal 2-1 gewonnen, als das sehr wichtig war, ne? Oh, langer Jahr, ne? Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch schöne Bilder zu Hause. Ja? Ich bring sie mal wieder mit, tolle Erinnerungen. Tolle Erinnerungen. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja! Jetzt habe ich Participation in Photoshop, woher Ella istftig,